Der Klimawandel stellt Unternehmen vor große Herausforderungen, bietet ihnen aber auch die Chance, nachhaltiger, effizienter und wirtschaftlicher zu produzieren. Für langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Verantwortung gegenüber kommenden Generationen. Genau das bildet den Kern von SPH – Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Industrie. Wir haben SPH gegründet, um das zu realisieren, was wir ohnehin schon im Kopf hatten. Das heißt, halt wirklich langfristig einen Unterschied zu machen im Bereich des Klimaschutzes, um der Industrie zu helfen, CO2-neutral zu werden. Ja, unsere Vision ist ganz klar, dass wir in einigen Jahren sagen können, wir haben mit unseren Produkten und mit unserer Firma einen aktiven Beitrag zu einer besseren Zukunft und zur CO2-Vermeidung geliefert. SPH hat eine einzigartige Wärmepumpentechnologie entwickelt, die ihr Unternehmen unabhängig von fossilen Energien macht, Energiekosten senkt und CO2-Emissionen reduziert. Der Thermbooster verbindet Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Er recycelt ungenutzte Wärme aus Produktionsprozessen. Unsere Wärmepumpe ist eine mögliche Antwort und eine wichtige Antwort für die Zukunft, um Industrieprozesse nachhaltiger zu gestalten und gleichzeitig Kosten einzusparen. Des Weiteren ist ein Unternehmen in der Lage, durch den Einsatz Thermboosters eine vollkommene Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu erlangen. Der Thermbooster ist eine Hochtemperatur-Industrie-Wärmepumpe, die in der Lage ist, vorhandene Abwärmer auf Prozesstemperaturen von bis zu 200 Grad, also Dampf oder Heißwasser, zu bringen und so wieder in den Produktionsprozess zurückzuspeisen, um damit Kosten und Energie zu sparen. Sein modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Produktionsumgebungen und trägt dazu bei, die Energiebereitstellung effizienter und CO2-neutraler zu machen. Kurz gesagt, der Thermbooster ist heißer, effizienter und grüner als alles, was bisher auf dem Markt verfügbar ist. Besonders bei hohen Prozesstemperaturen in der Lebensmittel-, in der Chemie-, Pharma- und Kunststoffindustrie verbessert der Thermbooster Effizienz und Nachhaltigkeit. Vom Thermbooster profitiert Ihr Unternehmen und das Klima. Mit unserem jahrelangen Know-how von der Beratung über die Installation und Inbetriebnahme und den anschließenden Service sind wir Ihr Partner für die Hochtemperatur-Wärmepumpe. Lassen Sie uns gerne ins Gespräch kommen, um gemeinsam zu schauen, wie wir Ihre Energiebereitstellung nachhaltiger, kostengünstiger und effizienter gestalten können.